Dahle präsentiert eine Innovation, die alle aufatmen lässt. Das Filtersystem Dahle Cleantech für die Feinstaubreduktion durch Aktenvernichter. In der Feinstaubdiskussion geht es meist um Autoabgase, Zigarettenqualm oder sogar Vulkanasche. Was viele nicht wissen, auch in Innenräumen enthält die Luft Feinstaub. Vor allem in Büroräumen kann die Belastung sehr hoch sein. Denn viele Bürogeräte setzen beim Betrieb Feinstaubpartikel frei. Diese Partikel kann man weder sehen, fühlen oder schmecken. Trotzdem kann Feinstaub ein erhebliches Risiko für unsere Gesundheit darstellen. Je kleiner die Staubpartikel sind, desto leichter finden sie den Weg in die Lunge und von dort weiter in den Körper. Auch Aktenvernichter tragen zur Feinstaubbelastung von Büroräumen bei. Doch die neuen Aktenvernichter Dahle Cleantech bieten mit einem integrierten Feinstaubfiltersystem eine effektive Lösung für weniger Feinstaub durch Aktenvernichter. Wie Tests des TÜV Nord eindeutig nachwiesen, werden hierbei 98% weniger Feinstaubpartikel freigesetzt als bei herkömmlichen Aktenvernichtern ohne Filtersystem. Auch Wissenschaftler wie zum Beispiel Prof. Dr. Christian Witt von der Charité Berlin bestätigen, dass der Einsatz von Feinstaubfiltern in Aktenvernichtern wie Dahle Cleantech ein sinnvoller Beitrag zum Mitarbeiterschutz in Büroräumen ist. Und so arbeitet das einzigartige Filtersystem Dahle Cleantech. Bei der Aktenvernichtung wird der Feinstaub direkt am Entstehungsort, also über den Schneidwalzen im Aktenvernichter aufgenommen und dann durch ein geschlossenes System in den Filter auf der Geräterückseite geführt. Dabei wird ausschließlich der Feinstaub abgesaugt. Das zerschredderte Papier landet nach wie vor im Auffangbehälter. Der Feinstaub wird also sicher und nahezu vollständig dort gebunden, wo er entsteht, im Inneren des Aktenvernichters. Ein dreilagiges, vollständig recycelbares Spezialvlies nimmt den Feinstaub auf. So gelangen die schädlichen Partikel erst gar nicht in den Büroraum. Damit das Filtersystem stets optimal arbeitet, muss der Filter regelmäßig ausgetauscht werden. Das intelligente Filtersystem zeigt einen notwendigen Filterwechsel rechtzeitig optisch an. Denn auch wenn der Filter augenscheinlich nicht verschmutzt aussieht, kann er seine Aufnahmekapazität bereits erreicht haben. Mit den Aktenvernichtern DALE Cleantech können auch Sie ganz einfach für ein besseres, gesünderes Raum- und Arbeitsklima sorgen.